Das ist ein sehr ungewöhnliches Element. Kreuzhang nicht nur mit Vorhebhalte, sondern auch im sogenannten Spitzwinkelstütz, obwohl es kein Spitzwinkelstütz ist, sondern so eine Art Spitzwinkelsitz. Erhöht die Schwierigkeit gegenüber dem normalen Kreuzhang natürlich ungemein. Ihm liegt dieses Element, also warum soll er es nicht turnen? Es ist eingeordnet im Codepontage und hat einen hohen Wert. Schöne Schwungelemente. Und hier sehen wir, wie der Doppelsaalde vorwärts gewückt als Akram perfekt zum Stand getrunken wird. Yoshiaki Burutani. Und am Sprung steht der nächste Brasilianer bereit. Arthur Mariano. Er wird einen Rundersprung zeigen. Arthur Mariano. Brasil. peak pitched рекse. dem gesprozen ist. Jan